Was ist Ihre Forschungsfrage? Mein Name ist Valentina Mockina und ich bin ein Postdoc bei dem Institut von Higher Energy Physics der Austrian Academy of Science. Was ist Ihre Forschungsfrage? Ich bin ein Mitglied der CREST-Experiment, die in einem Untergrundlaboratoren in Italien gelegt wird. CREST ist ein Acronymus für cryogenische, rarer Event-Search mit superconductenden Thermometers und wir suchen für ein Low-Mass Dark Matter. Wie finden Sie eine Antwort? Synthelating Calcium-Tine-State-Crystals sind als Grundmaterial für elastische, dark-matter und Nucleus-Scattering und operiert an extrem low Temperaturen, wo die Partikel-Interaktion stark genug genug zu verheben werden kann, um sie zu verletzten. Simultaneously, ein Crystal emits eine andere Menge Synthelation-Light, aufgrund der Typ der Partikel, mit einem separaten Licht-Detektor, das ermöglicht uns, die Hintergrund von einem potenziellen Dark Matter-Signal zu diskriminieren. Was haben Sie bisher herausgefunden? Every Dark Matter-Experiment aims at the detection of Dark Matter-Signal, or at least to set the lowest possible exclusion limit. By virtue of CREST-Technology and the use of the most radio-pure crystals, as well as the unprecedentedly low nuclear recoil threshold, the CREST-Experiment has pioneered the search of sub-GAV dark matter and currently places the most stringent exclusion limits for a low-mass dark matter. Warum ist das wichtig zu wissen? The dark matter makes up around 80% of the universe mass. Understanding it is important for explanation of the formation of galaxies and clusters, understanding the size, shape and future of the universe. and it is the most mysterious substance in the universe.